Musik 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 Ja moin Hallo Ja Super witzig Ist schon witzig Komm, ist es schon witzig Ja, ich habe damit nicht gerechnet Ich habe Kahn ein bisschen geprankt Ein bisschen geprankt? Und das nicht alleine Ja, ok Sondern gemeinsam Mit seiner Frau Also ich muss schon sagen Ich wäre wirklich nicht drauf gekommen, dass ihr das so durchgezogen habt Also ich hatte vielleicht schon die Idee Habe ich ja im Anschluss auch gesagt Aber dass das wirklich Also dass du mit meiner Frau zusammengearbeitet hast Das ist gar kein so schlechter Plan Das Wichtigste ist, also die Einhörner sind wieder da Der goldene Tiger fehlt noch Ja, nein, den habe ich völlig zu Recht gewonnen Im Verstecken spielen Also Achso, aber weißt du was wirklich noch fehlt? Mein tanzender Drache Den hast du mir doch mit Absicht nicht gegeben Achso, warte, komm, den gebe ich dir jetzt im Video zurück Den gibst du mir jetzt zurück Ja, aber darum geht es heute natürlich gar nicht Sondern um was? Um was geht es wieder? Ist ein neuer Prank geplant? Nein, wir werden heute gemeinsam Mit einem Ich werde damit spielen Oh, Mann Dann ja, ey, ganz ehrlich Und ich bin sehr gespannt, was da so passiert Ich bin nicht gespannt, was da passiert Weil das schon wieder irgend so ein komischer Prank ist Nein! Ja, okay, ich bin gespannt, was für ein verfluchter Account uns erwartet Ja, was soll da passieren? Ja, das frage ich mich auch, was soll da passieren? Gar nichts Jetzt wird es wirklich creepy Aber ich habe das gesehen, dass Leute sich in diesen Account eingeloggt haben Achso, das ist ein öffentlicher Account Aber, na klar Also, der ist nicht öffentlich Ja Also, ich habe das Passwort über 5 Ecken rausbekommen Ja, natürlich, mhm, ja, mhm Ich bin sehr gespannt, was da gleich passiert Natürlich hat das Danja Danja ist ja Geheimagentin Ja, Leute Es wird wieder ziemlich spannend Danja hat wieder was vor, was absolut natürlich nicht der Wahrheit entspricht Und ich bin natürlich auch auf das gespannt, was sie jetzt machen wird Dann melde ich mich jetzt erst mal an Danja Danja, hörst du mich überhaupt? Ja, ich höre dich Ja, wahrscheinlich kommst du einfach mit einem anderen Skin zurück, oder? Okay Okay, krass Ja, was ist krass? Ey, dass ich das auch wirklich mitmache, ne? Das ist wieder so Also, ich habe dir eine Anfrage geschickt Eine Beitrittsanfrage für einen Privatserver, wo du mal reinkommen kannst Okay Ah, da bist du ja Willst du nicht rauskommen? Bitte? Willst du nicht rauskommen? Warte, ich komme doch, warte einen Moment Also, ich bin hier reingegangen und so sieht der Avatar aus Und ich kann mal gucken, was so im Inventar ist Okay Also, was direkt aufploppt, sind erstmal Zaubertränke Okay Gut Danja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich voll schockiert, okay? Und ich habe nur ein einziges Pad in diesem Account Das ist der hier Das ist tatsächlich der Horror Das ist tatsächlich der Horror Also, weil, guck mal Ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass das einfach ein Account ist, den du halt kreiert hast Die Sache ist natürlich Ich? Du müsstest den so früh kreiert haben, dass du halt dieses Pad hast, oder? Ja gut, okay, vielleicht hast du Ja, okay, okay, warte, ich bin, ich bin dem verfluchten Account auf der Spur, okay Danja? Ich versuche dieses Rätsel mal für dich zu lösen Das ist ein verfluchten Account auf der Spur Ich brauche das jetzt nicht gelöst Ja, ich glaube tatsächlich Das ist ein verfluchter Adoption Account Das soll ein ver... Der soll verflucht sein Ja Aber was beinhaltet denn verflucht in dem Sinne? Vielleicht... Also, wir können ja mal gucken, ob wir ein Egg hatchen vielleicht Okay Mal gucken, was da rauskommt Vielleicht hat das irgendwie eine besondere Farbe Oder es kommt gar kein Egg da raus Ja, okay, ich bin gespannt, was jetzt passiert Ich bin super gespannt Als ob, wow, ja, du holst ein Cracked Egg und sagst, das ist der Fluch Wenn da jetzt sogar ein Einhorn rauskommt, ne, dann ist der definitiv nicht verflucht Sondern gesegnet Der gesegnete Roblox-Account Ich glaube, das ist der gesegnete Roblox-Account Okay, mal gucken Ja, komm, zeig mal, zeig mal Ich bin mal gespannt Also, ich guck mal Also, ich find schon cool, was du dir hier überlegt hast Ich guck mal, was bei einem Verfluchten Roblox-Account aus dem Egg schlüpft Okay, jetzt bin ich gespannt Ahhhh Ein Hund Ja, es ist ein Ein Chocolate Labrador Das ist völlig normal Für ein Cracked Egg Ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet Also, ich versteh jetzt nicht, wo das verflucht sein soll Also, ich find schon ziemlich creepy, aber Es ist halt Na gut Vielleicht, wenn bei dem Also, wenn bei dem Royal Egg jetzt auch nur was Guck mal Es kommen keine krassen Sachen Ja, es ist Das ist der Fluch einfach Das ist einfach der Fluch Und der Fluch ist Ja, als ob Das nur schlechte Sachen hedgen bei diesem Account Es hedgen nur schlechte Sachen Ich sag's dir Danja, guck mal Ja, okay Dieser Account ist verflucht Okay, gehen wir davon aus, dass dieser Account wirklich verflucht ist Was soll denn daran wirklich verflucht sein? Also, was ist jetzt daran so schlimm? Ich meine, du kannst ja den Avatar auch so ändern, wie du möchtest Das ist doch ein normaler Roblox-Account Aber stell dir vor, es kommt einfach nie ein Einhorn bei deinem Account Egal wie viele Eggs du hedgst und kein Drache Niemals, niemals, nie Danja, dann ist ja dein normaler Account auch verflucht Ja, ist er ja mit Sicherheit auch nur, dass ich noch einen Roblox-Avatar hab, der Noch kein Skelett ist Vielleicht Danja, kannst du mir mal erzählen, was das hier werden soll? Okay, du hast ein verfluchten Roblox-Account gefunden Okay, dieser Roblox-Account wurde wahrscheinlich von dir erstellt Punkt Nummer 2 Punkt Nummer 3 Du tust jetzt einfach so, als wären diese Ey, warte mal Warte mal, ist das Luna Event schon vorbei? Habe ich dir doch gesagt, dass das schon vorbei ist Okay, das habe ich ganz vergessen, okay Und dass du jetzt so tust, als wäre es verflucht, weil du Eggs ziehst Und dir jetzt keine guten Pets rausbekommen Also, sorry, verflucht ist das nicht Das ist leider Normalität bei Adobe Also, guck mal, ich logge mich hier ein Ich habe hier so eine krasse Figur Ich kann ja auch mal in das Haus gehen Dann ja Vielleicht habe ich danach die ganze Zeit Pech auf meinem Account Vielleicht Dann ja, das ist das Halloween-Haus Und? Findest du das nicht creepy? Soll das jetzt verflucht sein? Dann ja, das einzig creepy finde ich, dass du diese Video-Idee hattest Mir weiss zu machen, dass das ein verfluchter Account ist Heiß ich nicht Also, bei Jenna war es noch so, da habe ich gesagt Ja, okay, komm Alles gut überlegt Mit einem eigenen Spiel und so Und dann kommt Das ist Danjas Jenna, Leute Das ist, wenn du Jenna auf Wish bestellst Das ist nicht, wenn du Jenna auf Wish bestellst Das ist ganz legit Ein verfluchter Roblox-Account Super legit Super legit Ich weiß ja nicht Super legit Danke Ich habe es Danke Ich kaufe es hier voll ab, Danja Das ist bestimmt ein richtig verfluchter Account Ich habe, oh mein Gott Ich habe so viel Angst, dass ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll Ich glaube, ich kann mich bei Roblox nie wieder, nie wieder einloggen Ich habe so viel Angst, oh mein Gott, ich beende jetzt das Video Ich bin geschockt, ihr könnt es zu meinem Gesicht sehen Bevor du das Video beendest Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ja Kannst du kurz... Ja, der wäre Weil meine Pets noch da sind Warum sind meine Pets weg? Danja Warum? Ist das überhaupt das echte Adopt-Me-Spiel? Oder spielen wir hier einen Fake? Vielleicht, weil du in einem verfluchten Roblox-Account spielst Ich habe doch gesagt, das ist echt... Man darf Adopt-Me nicht einfach faken, die Map ist geschützt Okay, das ist echt creepy Okay, das ist echt creepy Ja Okay, ich gehe mal aus diesem Server ganz schnell raus Ja Keine Ahnung, was es damit auf sich hat Jetzt wurde es gerade in diesem Moment creepy Können wir bitte das Video beenden? Ja, wir beenden das Video Was sollte das jetzt? Und warte mal, warum lässt du mich das machen, wenn du weißt, dass das passieren kann? Ich wusste nicht, dass das passieren kann Ja, danke, vielen Dank, ja, danke, tschau Ich wusste nicht, dass das geht Und hätte ich das nicht gemacht? Keine Ahnung, ich gucke mir das Video nochmal an, wo ich das gesehen habe Wir kriegen deine Pads schon zurück Wir kriegen deine Pads schon zurück Wenn nicht, dann schenke ich dir 100 Ex Okay? Okay, tschau Kakao 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 Bis zum nächsten Mal.